Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben ihn jetzt mal beim Boss richtig hart auf die Mütze bekommen. Deswegen möchte ich mich erstmal neu ausrüsten. Wir haben einen Boomerang bekommen übrigens. Auch ziemlich nice eigentlich. Und wir wollen erstmal ein paar neue Feen. Wir haben so ziemlich alles gemacht, bis auf hier vielleicht sowas. Wir können ihn damit besiegen. Aber ich befürchte irgendwie nicht. Okay. Stimmt. Das ist mein Herzteil. Stimmt ja. Sehr gut. Stimmt, das haben wir uns noch nie geholt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, ich bin immer noch ne Fee. Ich bin normal, im Wald war ne Fee. Oder bin ich hier stumpf dran vorbeigelaufen? Wahrscheinlich, ja. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir einen anderen Weg finden. Was ist denn die Gute? Was ist hier rechts? Ah. Oh nein, ihr seht aber keine Fee hier rumschwirren. Oh, dann interessiert mich die auch nicht. Ne, kommt auch keine Fee. Schade. Ah, was machen wir hier jetzt? Was mache ich jetzt? Auf jeden Fall Fee. Verarscht. So. Hier war ich noch nie. Und? Noch ne Muschel. So. Gut, dann haben wir den Wald schon mal wieder abgehakt. Oh, war eine verdammte Fee. Mann, 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 Mann. Ich muss auch einfach nicht merken. Was passiert eigentlich, wenn ich dich so... Oh, na toll. Der haut mich einfach. Da oben ist nichts gewesen. Ist doch nicht. Meine Güte. Oh, da unten war nur das Spiel. Da ist ne Fee. Perfekt. Schon mal eine. So. Gut. Was ist jetzt nochmal? Ne. Was passiert denn, wenn ich mich hier direkt nochmal hinporte, wo ich gerade stehe? Jetzt freundet ihr auch bestimmt wieder neu, oder? Ja, tut sie. Perfekt. Okay, dann... Oh, was ist denn los? Perfekt. 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 So. Dann gehe ich jetzt nochmal... Muscheln antauschen, weil wir haben irgendwie drei Stück nochmal gefunden jetzt. Und hoffen, dass sie irgendein Item bekommen, was cool ist. Kann nicht probieren wir es mit einem Boomerang oder irgendeiner Fähigkeit aus. Unser Schild hat ja leider auch nicht geholfen. Leider nicht. Na, will ich es wohl brechen? Hm, ne. Ah, komm schon. Wir können es ja einfach nochmal probieren, den Boss zu besiegen. Aber ich weiß halt nicht, womit. Äh, Windfisch da. Was haben wir denn so? Wir haben... Ganz neun im Boomerang-Angebot. Wir haben... Pulver, Bomben, Pfeile. Kriegst du mal lieber das aus. Ähm... Wir haben den Charge. Genau. Das Ding haben wir noch. Hm. Ansonsten? Normale Schläge nur. Eigentlich haben wir auch viel Leben, ne? Kann man ja nicht danach sagen, aber... Na, vielleicht hilft der Boomerang auch schon. Ich hoffe es. Sonst müssen wir echt noch alle Fäden sammeln oder so. Oh, ne. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also wirklich überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier nochmal wieder durch. Ups. Zweimal nach links. Eins. Zwei. So, dreimal nach rechts. Eins. Zwei. Und zweimal hoch. Wow. Eins. Und wir sollten da sein. Okay. Proben wir es nochmal. Einfach nochmal probieren. Ja. Können wir schon. Das ist unser Schatten. Also, böses Leib träumen. Oder was weiß ich, was du bist. So, bei dem war jetzt das Pulver da, ne? Genau. Ich habe irgendwie das Pulver. Ach, komm. Eins. Nein. Ach, komm. Zwei. Geil. So, der ist verbrannt. Schade. So, hier war Pingpong spielen. Toll. Hä? Fäbter geschlagen. Ja, gut. Toll. Mann. Das schlägt nicht richtig. Ich muss wirklich Abstand haben. So. Toll. Das war ein Müll, die haben. Mann. Was auch für mich mit dem Müll jetzt beschießen. Danke. So. Jetzt kam. Genau. Wum. Oh, das hilft. Wow. Geht's wieder schon schnell. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Mist. So. Komm mal her. Nein. Zu kurz. Oh, sorry. Ah, shit. Wird auf jeden Fall mehr Schaden. So. Pumarang. Hilfreich. Zwei. Drei. Zack, zack, zack. Oh, das hilft. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich den Müllwagen benutzen, aber... Ne. Brauche ich nicht. Oh, nein. Oh, nein. Ausgang. Nein. Nein, ich bin... Oh, ich trottel. Oh mein Gott, nein. Ich bin so doof. So. Mann. Oh, komm. Das war unfair. Oh, das war richtig unfair. Ah, shit. Habe ich einen Fehler gemacht. Yo, genau. Ja, ja, genau. Oh mein Gott. Das war auch fail. Oh, komm schon, ey. Ich schmeiße auch so richtig viel beschissen. Ah, ich verarsche mich auch schon selbst. So, okay. Ich muss das irgendwie lenken, damit ich weiß, wo er das hinschmeißt. So, schmeiß es mal hier in die Ecke. Danke. Okay. Drei und feier. Hier hin, bitte. Oh, geil. Wir haben ihn. Oh, noch weiter? Oh, shit. Komm schon. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Ah, das hilft. Der BoomBong hat auf jeden Fall jetzt gerade Schaden gemacht. Das war eine dumme Fähigkeit, der er hat. Okay. Ach, du Schande. Wachsam! Auge. Auge ist immer Pfeil. Nein! So. Komm schon. Auge auf, Auge auf. Auge auf. Jawohl. Ah, Mist. Ich wette, das hier geht noch viel schneller. Ah. Ich krieg's mit dem Springen nicht hin. Ach, ich bin zu unfähig. Komm schon. Stirb einfach. Oh. So. Ja, das geht wirklich schneller jetzt. Nein. Nein. Aha. Komm schon. Ach, komm schon. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Oh, wir haben's. Nice. Ah, wir haben's. Unsere Welt. Unsere Welt. Okay. Link, du hast alle Albträume gesiegt. Folge der Treppe nach oben. Komm. Schade. Ich kann leider nicht Plus drücken, um irgendwie was zu benutzen. Aber egal. Wir haben noch drei Herzen. Damit sind wir gestartet im Abenteuer. Dann passt auch, dass wir damit enden. Ähm, wo sind wir? Oh, du hast es geschafft, Link. Oh, du hast es geschafft, Link. Alle Albträume sind besiegt. Du hast deine Weisheit. Du hast deine Weisheit, dein Mut und deine Kraft unter Beweis gestellt. Ich bin Teil der Seele des Windfischs. Ah, du wolltest also, dass wir dich wecken. Und es war meine Aufgabe, über diese Traumwelt zu wachen. Aber eines Tages erschienen die Albträume und begannen hier zu wüten. Doch dann bist du gekommen, Link, um uns zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deinen Mut. Ich wusste, du würdest die Albträume aufhalten können. Danke, Link. Nun ist das Werk verbracht. Gleich wird der Windfisch erwachen. Also haben wir seine Albträume vernichtet. Auf Wiedersehen, wuhu. Hi. Du hast ein bisschen kleine Flügel. Warum hast du überhaupt Flügel? Windfisch, drei Punkte. Guckt euch den an, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Er hat Decke auf dem Rücken, wo die Flügel rausgucken. Naja, gut. Ich bin der Windfisch. Lange war mein Schlaf. Meinem Traum erschien ein Ei. In einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Bewohner. Eine ganze Welt. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolin verschwinden. Er verschwunden sein. In deiner Erinnerung aber wird sie weiter existieren. Eines Tages wirst du dich an Kokolin erinnern und denken, es war gar kein Traum. Komm, Nick. Lass uns gemeinsam aufwachen. Gemeinsam. Aha. Spiele die acht Instrumente. Spiele das Lied des Erwachens. Spiele der USA. verteidigen. Spiele. 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 Oh, schön. Die ganze Insel löst sich einfach am Meer auf. Das Ei auch. Und es fängt von vorn an. Aber es ist immer noch schiffbrüchig. Wir haben nur geträumt, dass wir angespült werden. Oh, schau mal. Oh. Oh. Doch kein richtiger Traum. Ah, sehr schön. Ja, gucken wir uns die Credits ein bisschen an. Ich weiß nicht, ich glaube, danach passiert nichts mehr, aber ist okay. An sich, sehr cooles Spiel, auch wenn ich ein paar Mal festhing, muss ich sagen. Gerade das mit Geh in die Wüste. Ja, wenn wir nicht wissen, wie wir da rüberkommen, dann hilft uns das nicht viel. Wir haben ein bisschen rumprobiert, irgendwann haben wir ja den Weg gefunden. Ja, war ein bisschen doof. Das mit dem Ei fand ich jetzt auch, hätte man irgendwie vorher sagen können, guck lieber nochmal danach oder sowas. Vielleicht ist es in der Bibliothek was und dann geht es im Ei oder sowas. Vielleicht ein bisschen andersrum und ich renne da mal rein. Such dich dumm und dämlich und komm dann wieder raus und lass dir helfen. War ein bisschen doof. Zum Glück haben wir nicht alle Muscheln finden müssen jetzt. Da wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Naja, war nicht nötig. Ach ja, hier, Grezzo ist für die Umsetzung zuständig vom Original jetzt auf das Remake. Richtig cool. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Relativ original gelassen, soweit ich weiß. Ich glaube, die Feen, also diese Flaschen, die wir haben, die sind neu. Oh, die Flaschen haben wir in den Empos gar nicht besiegt. Mann, nein, wäre ich gut sein müssen. Ansonsten, Dungeons. Fand ich alle eigentlich ziemlich cool, bis auf den vorletzten. Weil das mit den komischen Säulen anreißen, an sich eine coole Idee, ja, aber... Der war mir ein bisschen zu verwirrend, der Dungeon. Mit dem, wo gehst du hin, wo lässt dich runterfallen? Wo schmeißt du die Kugel hin und so? Weiß ich nicht. Und dann waren wir ein bisschen verwirrt, von wegen irgendwelchen Sachen. Also Wände einsprengen, die habe ich teilweise auch übersehen. Weil die halt auch am unteren Rand sind und da achtet man relativ selten drauf, muss ich sagen. Die seitlichen Wänden, da hat man das eher erkannt. Aber unten, hm. Joa. Shigeru Miyamoto, ja genau. Das ist Finder von Sven. Ähm, ja, sonst Musik, wie immer geil. Hat mir gefallen, aber es ist ja Standard-Zelda-Stil. Und, ja. Rätsel waren eigentlich auch alle okay. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Hat mir gefallen, das Spiel. Hat jetzt ein bisschen lange gedauert. Und, ja gut, ist mein erstes Glaceroos quasi in dem Spiel gewesen. Noch nie vorher gehabt. Code verlobt. Habe ich auch noch nie gelesen, das Wort. Ende. So, dann passiert noch was oder kommen wir direkt ins Menü? Oder können wir noch... Möchtest du speichern? Natürlich möchten wir speichern. Jep, spreche ich mir da drüber. Speichern. So, passiert uns noch irgendwas? Oder? Dann hatten wir nur ein Menü. Ähm. Ja gut, das ist der Startbildschirm. Ja, für mich richtig schönes Spiel gewesen. Die Muscheln muss man, glaube ich, nicht finden. Ich weiß nicht. Das mit dem Boomerang, der war optional. Also wirklich komplett optional. Hat man nicht gebraucht irgendwie. Wobei, beim letzten Endboss war der eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir es wirklich auch gebraucht. Und nichts Alternatives haben können. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.